Das ist kein Replay, wir haben das Original hier. Tamta ist mit uns in der Speed Date. Hi Tamta. Hallo, Germany. Ich habe gerade gesagt, Tamta ist nicht Ihr regularer Interview. So, wir sollten starten, right? Natürlich, ich bin bereit. Das ist so fun. Wie sieht Ihr glückliches Ort aus? Colourvoll. Colourvoll? Ja. Und hast du ein bestimmtes Ort in mind? Home. Home, nur Home. Ja, Home. So, kommen wir zur Sprache. Was ist Ihr favoriteter Wort in Georgien? Was können wir jetzt von Ihnen lernen? Oh, all right. Migwaghar. Migwaghar. Yes. Migwaghar. Migwaghar. Was ist das? Sagapol. Was? Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Migwaghar, du auch. So, was war das lustigste, am meisten verbringendste Ding, das passiert bei dir auf der Ebene? Auf der Ebene? Ich habe mich auf der Ebene gehalten, auf der Ebene, auf der Ebene, auf der Ebene, auf der Ebene, auf der Ebene. Ich habe mich auf der Ebene gehalten, auf der Ebene gehalten, auf der Ebene gehalten. Ja, ich habe viel auf der Ebene gehalten, aber es ist immer, ich liebe es immer, es macht mich nervös. Dinge passieren, also, wenn es passiert, sollte man es auf der Ebene gehalten. Ich habe viele, viele, viele verschiedene, lustige Dinge auf der Ebene gehalten. Wunderbar. Ist es ein Ritual, das du hast, bevor du auf der Ebene gehalten hast, das ist ein Glück für dich? Hm, nicht wirklich. Viele Leute fragen mich, ob ich etwas habe, wenn ich etwas habe. Nein, ich habe meine Karte auf mir und das ist es. Ich close meine Augen, konzentriere mich ein bisschen und bin auf der Ebene gehalten und bin auf der Ebene gehalten. Und jetzt kommen zu der Kindheit, wer ist deine älteste Freundin? Meine älteste Freundin, sie ist Nino. Nino. Und natürlich ist sie aus Georgia. Und du bist immer mit ihr? Ja, natürlich sind wir. Wenn ist deine Bedtime? Habt ihr eigentlich ein Bedtime? Für mich, als Artistin, als ein Griech-Artistin, weil wir da nie schlafen. Es gibt es dort. Auf Freitag und Sattdags, ich gehe zu beden, bis 7, 8 Uhr. Ja, aber wir arbeiten, so ich gehe zu Hause. Und ich gehe zu beden, bis bald. Wir sagen uns die Kinder in Deutschland, sie geht zu beden, bis 7 Uhr. Ja. Was empfiehle dir deine Jünger-Self wünscht? Believe in yourself, yes. I should have believed in myself earlier than I did. I think many of you can relate to that too. The other way around, is there one advice that you would give your older self if we could travel to the future? Never be afraid, never be afraid of anything. And dare, just dare. That's what makes you progress generally in your life. So just don't be afraid, never ever. So we are curious too, because at the end of our speed date there's always a challenge. I want you to sing a replay but in a complete new version and I have three options for you. You can choose. The first would be like Radiohead would sing replay. The second would be like a Greek folk song. Like a replay would be a Greek folk song. Or like Otto Niemannsertze would sing replay. Otto Niemannsertze, the Georgian artists. Oh Otto, Otto. We keep it undercover. I know you miss the taste. Heart beats like an 808. You need my love on replay. This is Otto's version. For sure. Perfect. Thank you so much, Tamta. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Vielen Dank.